2019 reiste Schlagerstar Andreas Gabalier bei einer Fernsehshow mitten in der Nacht plötzlich aus seinem Hotel ab. Am nächsten Tag stand überall in der Medien, Andreas Gabalier und Silvia Schneider haben sich nach sechs Jahren getrennt. Ob das der Grund für den plötzlichen Aufbruch war, wurden nie geklärt, aber Fakt ist, dass die beiden auch heute noch gut miteinander auskommen. Kein Rosenkrieg, keine schlechten Worte, sehr erwachsen. Und so sprach Moderatorin Silvia kürzlich auf einem Event über romantische Gesten, an die sie heute noch denken muss. Meine Güte, waren die ein schönes Paar. Andreas Gabalier und seine Ex-Freundin Silvia Schneider trennten sich aber dennoch 2019. Die Begründung, zu wenig Zeit. Gabaliers Leben sei zu turbulent gewesen, da blieb das Privatleben auf der Strecke. Bis heute ist der Volksrockmoller Single. Silvia hingegen ist mittlerweile mit Musiker Jamie Harrison glücklich. Doch an die romantischen Gesten von Andreas erinnert sie sich offenbar auch heute noch gern, wie sie beim deutschen Filmball dem OK-Magazin verriet, Ich glaube, die romantischsten Gelegenheiten sind immer die, wenn jemand für dich einen Song schreibt. Da durfte ich schon ein paar Mal in den Genuss kommen. Ich glaube, das ist wirklich das Romantischste. Woran man erkennt, dass die Beziehung zwischen den beiden nie böse auseinander geht? Ganz einfach, sie scheint seine Musik immer noch zu hören. Ich höre die Lieder heute auch noch gerne, aber mein jetziger Freund ist auch ein Musiker. Das heißt, es gehen ein paar Songs auf mein Konto mittlerweile. Silvia Schneider Mit Jamie ist Silvia mittlerweile fast zwei Jahre zusammen, sie spielte bereits in seinem Musikvideo mit. Ansonsten halten sie ihre Beziehung gern privat.